Für mich ist springen, aufatmen, wie eine Oase im Alltag, wo man einfach mal herauskommt, sich keine Gedanken um Arbeit, Aufgaben, Pflichten machen muss und einfach mal auftanken kann. Dass man sich einfach mal so ganz entspannt zurücklehnen kann. Dass man Urlaub machen kann, zwanglos und dass man gleichzeitig ein Riesenprogramm hat. Weil hier eine unglaubliche Vielfalt zwischen Freizeitangeboten und geistlichem Input geboten wird. Weil ich hier auftanken kann, weil ich hier auch was selber davon habe und nicht alles selber machen muss. Das ist eine gute Verbindung zwischen Urlaub und Leuten kennenlernen, geistliche Ausrichtungen. Spannende Biografien und Menschen kennenlernen. Oder einfach mal hier irgendwo chillen kann in der Kaba-Zone oder einfach ins Schwimmbad gehen kann oder ins Kino. Sommerrodelbahn man kann, Schleswig fahren man kann, baden man kann, lieber den See fahren. Das ist Erholung für Geist, Seele und Leib und das finden wir toll. Das ist ganz klasse hier. Schleswig, Scheimbach Chile. Untertitelung des ZDF, 2020